Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute schauen wir uns mal ein Betriebssystem namens Netrunner an. Netrunner ist, soweit ich das gesehen habe, ein deutsches Betriebssystem, ein Betriebssystem aus Deutschland und der Name kommt daher, da sich dieses Betriebssystem sehr, sehr gut auf ganz leichter Hardware wie zum Beispiel Netbooks ausführen lässt und soll dabei sehr hübsch und auch sehr leistungsstark sein. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Dieses Betriebssystem gibt es einerseits als ganz normales Desktop-Betriebssystem für die, ich sag mal, x86-Systeme, aber eben auch auf ARM-Architektur, ARM-Architekturen und das ist auch ziemlich selten und deswegen, es gibt tatsächlich eine Menge Netbooks, die eben einen ARM-Prozessor haben und da laufen leider nun mal nicht alle Linux-Betriebssysteme drauf und deswegen Netrunner ist ein sehr, sehr gutes Betriebssystem, welches dafür geeignet ist. So, dann schauen wir auch gar nicht hier so lange rum. Ich würde sagen, wir gehen direkt hier in den Download-Bereich und dann kommen hier die ganzen Editionen. Die letzte Edition ist Netrunner 23 Vaporwave und man kann direkt auf sourceforge.net herunterladen oder eben via Torrent und dieses System basiert aktuell noch auf Debian 11 Bullseye und zwar Stable. Das war tatsächlich nicht immer so, wie ich das hier festgestellt habe. Gab es in der Vergangenheit tatsächlich auch einige Rolling Releases. Das bedeutet Debian Unstable. Und dann würde ich sagen, laden wir das Ganze mal runter. Das habe ich bereits getan. Ich habe die ISO auf meinen Ventoy-Stick gezogen und den Ventoy-Stick direkt in mein HP Compact Elite Laborrechner reingesteckt und schon mal gestartet und so sieht das Ganze dann aus. So, dann haben wir hier jetzt die ISO. Hier ist der Netrunner und dann starten wir den Spaß mal. So, hier haben wir einen sehr, sehr schönen Bootloader. Sieht wirklich, wirklich toll aus. Das scheint so mittlerweile nach und nach auch Trend zu sein, den Bootloader ebenfalls wunderschön zu gestalten. Das Auge ist ja schließlich mit. So, und da sind wir auch schon in der Live-Umgebung und hier haben wir einen Mauspfeil, der meines Erachtens ein bisschen komisch aussieht. Das ist aber nicht so schlimm. Im Hintergrund das tolle Desktop-Hintergrundbild mit so einem Waporwave-Theme. Dazu kommen wir dann gleich später noch, was das genau ist. Und wir installieren aber das System zuerst, indem ich hier oben auf Install Netrunner gehe und dann öffnet sich Calamares. Meines Erachtens mittlerweile der beste Installer, den es überhaupt, ja, gibt für Linux. So, dann können wir hier einmal, Deutsch ist schon vorausgewählt. Dann können wir hier einmal weiter. Ups, so war ich zu schnell. Wir sind nicht in New York, sondern hier in Berlin. Sehr gut. Dann einmal weiter. Ich gehe jetzt hier die Installationsroutine einfach mal ganz zügig durch. Deutsch, Deutschland ist hier bereits ausgewählt. Das ist sehr gut. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mir die Festplatte auszuwählen. Und da wähle ich natürlich die Veno Scorb aus. Die 256 GB Festplatte ist eine EFI-Installation. Und GPT ist quasi die Partitionstabelle. So, hier ist bereits ein Betriebssystem drauf. So, und ich gehe jetzt hier erstmal auf manuelle Partitionierung. Dann einmal weiter, weil ich werde mir jetzt hier ein wenig Platz schaffen, indem ich jetzt hier erstmal vollständig eine neue Partitionstabelle erstellt. Dann aktuell ist der Masterboot-Record drauf. Und ich mache jetzt hier GPT. Sehr schön. Dann einmal freier Speicherplatz. Ich erstelle hier jetzt eine Boot-Partition mit Part 32, Einhängepunkt, nämlich nehme ich Boot. Okay. Natürlich sollte die Größe dann auch entsprechend kleiner sein. Ich nehme hier 300. So, hier 300. Ich denke, das sollte auf jeden Fall ausreichen. So, einmal OK. Und den Rest machen wir hier erstellen. Dann nehme ich den Einhängepunkt Root. Ich nehme ButterFS. Das ist für mich immer am besten. Ich mag ButterFS. Und Einhängepunkt ist Root. Und dann nehmen wir gleich den ganzen Rest. So, ein Label brauchen wir hier nicht. Können wir machen. Wir können hier Root noch machen. Das Root-Label setzen. OK. Und weiter. So, hier sagt er, dass wenn ich das Ganze als EFI haben möchte, muss der Einhängepunkt boot, äh, slash boot, slash EFI sein. Dann werde ich das Ganze nochmal, äh, ja, machen. Und hier entsprechend Boot EFI einfach auswählen. Das ist in Ordnung für mich, wenn der das so haben möchte. sehr schön. Weiter. So, jetzt stimmt das Ganze auch. Jetzt kann ich hier mir einen Benutzernamen festlegen. Nehmen wir den Benutzertyp. Das Name des Computers kann so bleiben. Und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. So, dann einmal weiter. Dann kann das Ganze hier so bleiben. sehr gut. Hier wird das alles nochmal zusammengefasst. Ich gehe auf Installieren. Und dann sage ich einmal Installieren. Und dann heißt es abwarten, bis die Installation durch ist. So, die Installation ist, äh, einmal durch. Und dann können wir das System neu starten. So, hier haben wir jetzt das Grab-Boot-Menü. Wieder wunderschön gestylt im Style von Netrunner. Und meine Debian-Maschine wurde auch erkannt. Mein Debian-Datensicherungs-Server. Sehr schön. Aber wir starten jetzt direkt Netrunner-Desktop. Und hier haben wir dann den Login-Bildschirm. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr minimalistisch. Ich weiß nicht, ob der Hintergrund auch wirklich grau sein soll. Oder ob da nicht eigentlich jetzt ein Hintergrund-Bild hätte sein müssen. Wir wissen es nicht. Aber ich logge mich jetzt direkt mal ein. Und hier sind wir auf der, ja, Umgebung, auf dem Desktop. Sehr, sehr schön. Netrunner 23 Vapor Wave. So, da werde ich gleich mal hier Rechtsklick machen. Und ich sehe, es ist bereits alles auf Deutsch. Und dann sehen wir hier Arbeitsfläche und Hintergrund-Bild einrichten. Werde ich gleich mal draufklicken und schauen. Und es gibt im Prinzip zwei Hintergrund-Bilder, die hier zur Verfügung stehen. Einmal Netrunner 23 und der Classic Flow. Flow ist direkt der Standard für KDE-Plasma. Falls du weitere Hintergrund-Bilder haben möchtest, kannst du hier einfach auf weitere herunterladen klicken. Und dann werden hier eine ganze Menge Hintergrund-Bilder angezeigt, die dann hier geladen werden. Ich kann ja mal schauen, ob es noch weitere Bilder im Style von Vapor Wave gibt. Dazu gebe ich hier oben einfach Vapor Wave ein. Und in der Tat gibt es eine ganze Menge Hintergrund-Bilder im Style von Vapor Wave. Und dann sieht man vielleicht auch schon, was Vapor Wave, was dieser Vapor Wave-Style überhaupt ist. Ja, das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was von Futuristik. Und ja, Cyberpunk könnte man durchaus auch sagen. Also es ist ein wirklich sehr, sehr cooler Style, ein sehr, sehr schicker Style, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt das wirklich sehr. Und den hat man sicherlich schon hier oder da mal gesehen. Und ich überlege gerade, ob ich da nicht einen schönen Vapor Wave-Style herunterlade. Ich werde hier keine Werbung für ein Auto machen, aber das mit dem Palm Digital Art 4K, das sieht ganz gut aus. Nehmen wir das Ganze jetzt hier einfach mit der Palme. So, hier haben wir dann die Bilder. Jetzt kann ich es doch noch mal probieren. Anwenden. Ah ja, okay, perfekt. So, so haben wir jetzt im Prinzip die Palme, ebenfalls im Vapor Wave-Style. Sehr, sehr schick. So, was haben wir hier auf dem Desktop zu finden? Da gibt es einmal My Computer heißt das. So wie es aussieht, ist das lediglich ein Informationsschalter, wo hier im Prinzip nur die Information über das System angezeigt wird. Ob man das jetzt wirklich hier braucht, wage ich zu bezweifeln. Deswegen werde ich das hier einfach mal löschen. Dann haben wir hier einen Netzwerkordner. Da hat man dann die Möglichkeit, ein Netzwerklaufwerk im Prinzip hinzuzufügen. Und aktuell ist aber natürlich keins verbunden. Und dann gibt es hier noch eine Readme, die ich auch gleich mal öffnen werde. Und die leitet einen direkt auf netrunner.com, direkt in die Readme-Datei, wo mir im Prinzip das gesamte Betriebssystem hier nochmal erklärt und erläutert wird. So, hier unten die Leiste ist ziemlich selbsterklärend. Wer Windows nutzt, der kennt sich sicherlich schon auch ein bisschen aus. Wir haben hier sowas ähnliches wie eine Startleiste. Allerdings wird hier wirklich ein Vollbildmenü verwendet, was ziemlich interessant ist. Wenn ich hier irgendwo reinklicke, dann geht das automatisch wieder weg. Ich kann auch die Escape-Taste drücken. So, dann haben wir hier unseren Dateimanager. Das ist eben Dolphin. Hatten wir ja gerade eben schon geöffnet. Und hier haben wir einmal den Firefox als Standardbrowser. Und uBlock Origin ist hier standardgemäß installiert. Und das ist die ESR, also die Extended Support Release Version vom Firefox, die Version 102. So, dann schauen wir mal, was wir hier unten haben. Wir gehen ganz nach rechts zuerst. Da haben wir eine kleine Glocke. Hier werden dann entsprechend Benachrichtigungen angezeigt. Hier gibt es dann Datum und Uhrzeit mit einem Kalender. Wenn man hier drauf drückt, hat man einen wunderschönen Kalender. Und dann entsprechend diese Netzwerktools, USB-Anschlüsse, Bluetooth. Hier gibt es dann die Aktualisierungen, die verfügbar sind und Lautsprecher. Und dann sind hier noch zwei Programme gestartet. Das ist einmal Spectacle zum Aufnehmen vom Bildschirm im Prinzip, um ein Screenshot durchzuführen. Spectacle. Wenn ich draufklicke, wird sofort ein Bildschirmausschnitt hier getätigt. Das brauche ich jetzt aber nicht speichern. Und dann gibt es hier noch Yagquake. Das ist quasi ein Terminal, welches sich hier von oben nach unten quasi reinklappt, sodass man, egal was man gerade offen hat oder nicht, mal ganz fix, ganz schnell ein Terminal hat, wenn man es denn braucht. Normalerweise ist das standardgemäß auf der Taste F12 auch belegt. Das ist hier allerdings nicht der Fall. Ich nehme mal an, dass man das entsprechend konfigurieren kann. Tastaturbefehle festlegen. Und Yagquake einfahren, ausfahren ist hier auf F12 tatsächlich auch belegt. Allerdings scheint das hier nicht so wirklich zu funktionieren. Doch, jetzt funktioniert es. Okay. Ja, also F12 mit F12 drücken, drücken, drücken kann ich es quasi ein- und ausfahren, falls ich mal schnell ein Terminal brauche. Sehr, sehr nice, sehr, sehr schick. Gut, dann machen wir mal weiter. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf das Startmenü drauf. Hier rechts haben wir alles wunderschön in Kategorien angeordnet. Hier ganz links werden die Favoriten angezeigt. In der Regel Favoriten, das, was man am häufigsten geöffnet hat, wird dann auch hier dann irgendwann aufgelistet. Oder man kann auch ein spezielles Programm als Favorit festlegen. Einfach einen Rechtsklick drauf machen und dann zu Favoriten hinzufügen. So, wir fangen mal ganz oben an. Hier bei Büroprogramme. LibreOffice ist die Standardbibliothek, die Standard, ja, Office-Bibliothek, die schon vorinstalliert ist. Allerdings ist hier alles auf Englisch. Das heißt, hier muss man dann gegebenenfalls in den Einstellungen nochmal alles auf Deutsch umschalten. Unter Optionen und dann Language Settings kann ich hier bei Languages, bei User Interface auf Deutsch umschalten. Da ist hier aktuell nur Englisch verfügbar. So, und da es nicht verfügbar ist, können wir ja mal schauen, ob wir über das Terminal, über YARQUAKE einfach mal das deutsche Sprachpaket nachinstallieren können. Dazu einfach erst mal sudo. Ich gucke mal, ob ich das hier ein bisschen größer kriege. Ja, ein bisschen größer kriegen wir es schon. Das ist sehr, sehr gut. Dann kann ich es hier auch noch ein bisschen weiter runterziehen. So, erst mal sudo apt-update, einfach um die Paketlisten zu aktualisieren. Wenn ich das hier richtig sehe, sind sämtliche Stable-Repositories hier eingebunden. Das heißt, möglicherweise wird das deutsche Sprachpaket jetzt gleich nicht verfügbar sein. Schauen wir mal mit sudo apt-install und dann LibreOffice minus lcnn und dann die Sprache dahinter, in dem Falle Deutsch und ja, man muss es wenigstens richtig schreiben. So, install LibreOffice und doch, hat er gefunden. Sehr gut. So, dann haben wir das installiert. Dann kann ich jetzt F12 wieder drücken, dann verschwindet YARQUAKE wieder. Dann einmal LibreOffice neu starten, einmal Cancel und hier wieder schließen. Und dann können wir direkt alle Anwendungen, Büroprogramme, LibreOffice. Und jetzt hat er das Ganze bereits schon auf Deutsch übersetzt. Also, ganz, ganz einfach. Der hat die Locale sich gezogen und gesagt, ah, alles klar, LibreOffice muss auf Deutsch sein. Ist also ganz, ganz einfach. Sehr gut. Und dasselbe übrigens, wir hatten ja jetzt eben den Firefox schon gehabt, der ja hier auch im Prinzip auf Englisch ist, wenn man das hier richtig sehe. Rein theoretisch könnte man das hier über die Settings direkt Languages suchen, L-A-N-G. Und dann kann man hier dann einfach die entsprechenden Sprachen dann suchen, Deutsch suchen und dann einstellen. Dann funktioniert das auch. Allerdings bei dem nächsten Update von Mozilla, wenn das nächste Mozilla Firefox Update kommt, wird dann der Standard wieder auf Englisch zurückgesetzt. Und wenn man das nicht will, dann kann man auch hier den Firefox direkt schon standardgemäß auf Deutsch machen. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Das muss F12 sein. Dann bin ich wieder in Jahrquake drinne. Und dann kann ich auch sudo apt installen. Denn für Firefox gibt es ebenfalls ein deutsches Sprachpaket. Das wäre Firefox minus ESR minus L-C-N-N minus DE. Und dann einmal Jawoll. Sehr schön. Die Installation ging auch recht zügig. Und dann kann ich das Ganze hier wieder einklappen, indem ich auf F12 drücke. Und wenn ich jetzt den Firefox aufmache, sieht er sich die Locales aus meinem System quasi und schaut, ob er das entsprechende Sprachpaket schon vorinstalliert hat. Das hat er auch. Und schon ist es automatisch auf Deutsch übersetzt. Und bei jedem neuen Update von Mozilla Firefox, vom Firefox ESR, wird dann automatisch das deutsche Sprachpaket ebenfalls mit nachinstalliert oder aktualisiert und als Standard gesetzt. Dann brauche ich das nicht immer wieder ändern. Das nur mal als kleinen Tipp, falls euer Firefox standardgemäß immer auf Englisch ist. Sehr gut. Dann machen wir mal weiter. So Büroprogramme HammerOcular ist ein PDF-Anzeigeprogramm. Unter Dienstprogramme finden wir einen App-Image-Launcher. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, wenn du App-Images herunterlädst, kannst du einfach per Doppelklick auf dieses App-Image mittels dieses Launchers dann das App-Image starten. Und dieser trägt auch eine Verlinkung hier in das Menü ein, in dieses Startmenü, sodass man dann diese Anwendung hier auch entsprechend in diesem Menü findet. So, ansonsten haben wir so ein paar übliche Verdächtige, die bei KDE Plus mal mit Standard gemäß installiert sind, wie zum Beispiel Arc, Emoji-Auswahl, CAD und den Taschenrechner. Quantum ist für das Theming zuständig, Spectacle hatten wir eben schon gesehen. Hier gibt es das SUSE Studio Image, ja, Writer im Prinzip. Hier kann man im Prinzip, ja, Images erstellen für OpenSUSE und VirtualBox ist ebenfalls vorinstalliert. So, unter Einstellungen hat man dann noch zusätzlich einmal die Standard-Systemeinstellung und den Grub Customizer. So kann ich den Grub auch nochmal nach meinen Wünschen einstellen. Unter Grafik ist GIMP schon vorinstalliert. Das ist immer sehr, sehr gut. GIMP ist quasi die Photoshop-Alternative, die freie Quelle auf eine Photoshop-Alternative. Gwenview ist einfacher Bildbetrachter. Inkscape zum Erstellen von Vektorgrafiken. Krita ist ein Malprogramm, ein sehr erweitertes Malprogramm. Und dann gibt es hier noch eine Scan-Anwendung. Unter Internet finde ich einmal hier KDE-Connect, diese drei Anwendungen. Hier ein verbundenes Gerät verwalten, KDE-Connect und Connect-SMS. Dann, ja, der Firefox ganz klar. Dann ein Instant-Messenger oder zwei, besser gesagt. Dazu noch Pigeon, ebenfalls ein Instant-Messenger. Ein E-Mail-Programm, Thunderbird. Dann Transmission, das ist ein BitTorrent-Client. Dann für ein VNC-Server, sodass ich quasi von woanders hier auf diese Maschine drauf zugreifen kann und dann entsprechend das System bedienen kann von einem entfernten Ort. Und Steam als Anwendung ist schon standardgemäß mit vorinstalliert. Auch das ist sehr, sehr gut. Dann kann man direkt loslegen mit Zocken. So, unter Lernprogramme ist KDE-Mabel drin. Das ist sowas wie eine Google Earth-Alternative. So, dann haben wir Multimedia. Audacious ist ein Audio-Player. Cheese ist eine Webcam-Anwendung. Handbrake ist, glaube ich, zum Umwandeln verschiedenster Mediadaten. CadenLive ist schon vorinstalliert. Ein Videoschnittprogramm. Und der VLC-Media-Player ebenfalls als Standard-Anwendung für zum Beispiel Videos. Der YAROC-Player ist sowas ähnliches wie so ein bisschen wie iTunes gemacht. Da kann man deine Musikbibliotheken verwalten. So, unter Spiele, was haben wir da? Wir haben ein Spiel namens Burger Space. Frozen Bubble. Drohnen ist mit dabei. Sehr, sehr schick. Und dann halt noch ein paar Dattelspiele und natürlich Steam. Unter System finde ich noch ein paar Systemanwendungen, die eben meistens bei KDE-Plasma auch mit vorinstalliert sind. Wie zum Beispiel Discover. Das ist quasi der App-Store von KDE-Plasma. Wir haben eine Partitionsverwaltung, das Terminal, die Konsole haben wir noch mit drinnen. Wallet Manager und noch ein paar Sachen mehr. Hier YARQUAKE zum Beispiel. So, unter der Rubrik Web haben wir einige Web-Anwendungen. Unter anderem WhatsApp, Telegram und Skype. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, denke ich mal, komme ich direkt in den Browser. Genau, web.whatsapp.com. Dann kannst du hier diesen QR-Code hier abfotografieren. Und dann kommst du direkt, kannst du dich direkt verbinden. Probier es doch einfach mal aus. So, unter Wissenschaft und Mathematik haben wir noch LibreOffice Math. Und bei der Energieverwaltung kann ich dann entsprechend abmelden, neu starten und Benutzer wechseln. Also sehr intuitiv und sehr, sehr einfach. Ich möchte jetzt als allererstes mal ein vollständiges Systemupdate durchführen. Das kann ich entweder direkt über das Terminal erledigen, was wir ja hier schon so ähnlich gemacht haben mit Full Upgrade. Ich kann aber eben auch hier direkt auf die Aktualisierungsverwaltung gehen. Dann bin ich hier nämlich bei Discover drinnen. Und Discover ist im Prinzip der App Store, könnte man sagen. Und hier sind schon einige Aktualisierungen verfügbar, 184, um genau zu sein. Und dann würde ich sagen, wir alle sind bereits ausgewählt und wir können einfach mal alles aktualisieren. Und dann warten wir mal ab, bis die Aktualisierung durch ist. So, und so ist das System dann aktuell. Und dann kann ich hier zum Beispiel wieder auf das Häuschen klicken. Und dann bin ich hier auf der Startseite von Discover und kann dann zum Beispiel noch weitere Sachen herunterladen, wenn ich das dann möchte. Einige sind hier schon installiert, wie zum Beispiel Krita. Da steht dann hier Entfernen und Color Pane zum Beispiel steht hier Installieren. Das ist noch nicht installiert. Und das kann ich dann installieren. Und wenn ich hier links auf Anwendungen drücke, dann habe ich hier auch nochmal alles aufgelistet in verschiedenen Kategorien. Und kann dann zum Beispiel sagen, ich brauche irgendwas mit Entwicklungswerkzeuge und meinetwegen Webentwicklung oder Entwicklungsumgebungen. Und kann mir dann entsprechend das Programm herunterladen, was ich denn haben möchte. So, dann wurde ich immer mal wieder in einigen Kommentaren gebeten, dass ich ja zwar immer schön erkläre, wie man zum Beispiel Flatpaks installiert oder Flatpak installiert und dann Flatpaks auch herunterlädt, aber irgendwie mich nie um Snap mal kümmere. Weil es gibt ja noch den Paketmanager Snap von Snapcraft, von Canonical. Und wir werden jetzt einfach mal beides machen. Und wir fangen jetzt direkt mal mit Snaps quasi an. Dann werden wir einfach mal Snaps installieren oder Snaps, ja im Prinzip Snap installieren, sodass wir Pakete aus dem Snap Repository entsprechend auch laden können. Und wir wollen mal schauen, ob wir den Snap Store sogar installiert kriegen. So, dazu öffne ich ein Terminal. Ich belasse es hier bei Yarkwake. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und bevor man immer irgendetwas Systemseitiges neu installiert, sollte man immer noch mal ein sudo apt-update machen. Das bedeutet, dass die Paketlisten einfach noch mal synchronisiert werden und wirklich auf dem neuesten Stand sind. So, hier kommt jetzt quasi so eine Warnmeldung, dass die Steam Listen, die Sources quasi mehrfach konfiguriert sind, also doppelt sind. Einmal unter dem Namen Steam Repo und einmal unter dem Namen Steam Stable List. Das werde ich jetzt hier einfach ignorieren, weil das ist jetzt alles halb so wild. Das ist nicht so schlimm. Gut, dann werden wir jetzt mal installieren, sudo apt-install und dann einfach snapd. Und ich habe wie immer install falsch geschrieben, weil das S wieder fehlt. So, install snapd. Bei Snap handelt es sich ja um einen Dienst, der dann im Hintergrund läuft. So, jetzt ist das Ganze installiert. Damit snapd jetzt auch wirklich greift, ist es wichtig, dass man das System jetzt wenigstens einmal neu startet, da es direkt in das Init-System mit eingreift und quasi als Dienst vollständig neu mit dem System gestartet wird. Deswegen noch mal sudo reboot. Geht ja hier bei Netrunner wirklich rucki zucki. So, zack, hier ist der Grub Bootloader. Einmal Enter drücken. Der Login-Bildschirm. Und dann schon bin ich eingeloggt. Geht also wirklich absolut fix. Und dann habe ich hier wieder meinen Yarkwake. So, und als nächstes müssen die Kernelemente von Snap nachinstalliert werden, und zwar direkt über Snap. Das heißt, ich mache sudo snapd. Snapd. Und dann install core. So, und jetzt wird im Prinzip der Snap Core, der Stable Channel von Snap halt installiert, sodass ich im Prinzip auf alle Snap-Elemente nachher zugreifen kann, dass ich Sachen nachinstallieren kann. So, das sieht ganz gut aus. Das ist jetzt installiert. Es wurde auch nochmal, der Dienst-Snap wurde auch nochmal neu gestartet. Und jetzt kann ich das Ganze testen, ob es auch wirklich funktioniert. Und das machen wir einfach mit sudo snap install. Und dann gibt es das Test-Repository oder das Test-Programm Hello World. Das ist nur noch sehr, nur sehr klein. So, wurde installiert. So, fertig. Dann können wir das jetzt direkt aufrufen mit Hello minus W-O-R-L-D. Und hier steht ein Error. Steht, dass hier irgendeine Bibliothek nicht richtig geladen werden kann. Aber zumindestens, es funktioniert trotzdem das Programm. Hier steht Hello World. So, dann wollen wir mal probieren, ob wir den Snap Store auch installieren können. Mit sudo snap install und dann snap minus store. So, sieht ganz gut aus. Es ist ohne Fehler installiert worden. Ich werde Jahrquake mit F12 jetzt nochmal einfahren. Und dann schauen wir mal, ob der Snap Store hier mit dabei ist. So, da haben wir Snap Store. Und da gehe ich jetzt direkt drauf. Und dann ist der im Prinzip fertig. So sieht der Snap Store aus. Und jetzt kann ich hier, das sind alles Snaps. Jetzt kann ich mir hier alles Mögliche aus dem Snap Store im Prinzip installieren, was ich denn so brauche. Und das ist wirklich eine, ja, eine riesengroße Auswahl an Software, die ich hier eben zur Verfügung habe. Ja, einige Sachen wurden hier quasi schon vorinstalliert, wie zum Beispiel Hello World. Das kann ich, wenn ich möchte, jetzt auch wieder deinstallieren. Ja, natürlich als Root. Passwort muss schon richtig sein. So, und dann ist es weg. So, GNOME 42 ist natürlich vorinstalliert, damit hier überhaupt dieses Libat-Weiter-Theme hier angezeigt werden kann. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir können ja mal einfach eine Testinstallation machen. Wir hatten in einem vorherigen Video schon mal RISE ab VPN gehabt oder behandelt. Und das will ich jetzt mal installieren. Ich bin mal gespannt, ob das hier funktioniert. So, dann hat er das Ganze installiert. Das sehen wir hier oben. Direkt aus dem Snap Store das Latest Stable. Ich kann natürlich auch eine Beta-Version oder auch das, ja, eine Edge-Version quasi installieren. Und ja, dann wollen wir mal schauen, ob das Ganze jetzt hier geklappt hat. So, RISE ab. Da ist es auch schon. Dann einmal Doppelklick. So, jawohl. So, das ist jetzt auch schon angeschalten, so wie es aussieht. Das sieht man hier unten auch an dem grünen Häkchen. Ich bin jetzt mit Amsterdam verbunden. Dann kann ich jetzt hier schließen. Und dann läuft das hier unten. So, und dann bin ich jetzt hier mal auf mylocation.org. Und basierend auf der IP-Adresse hat er allerdings festgestellt, dass ich in Frankreich rauskomme, gar nicht in den Niederlanden. Das heißt, hier wurde nochmal irgendein französisches in Paris, in Datenzentren in Paris, wahrscheinlich als Routing genommen. Und ja, so bin ich jetzt quasi, werde ich quasi nicht mehr als in Deutschland erkannt, sondern quasi rute mich hier verschlüsselt außerhalb von Deutschland. Und das ist RISE VPN und das ist vollständig kostenfrei. Kann ich also wärmstens empfehlen. So, jetzt zum guter Letzt werden wir noch Flatpacks mal installieren oder FlatHub installieren. Einfach auch, dass wir das nochmal hier gemacht haben. Dazu empfiehlt es sich, das Ganze direkt auf flatpack.org zu gehen. So, dann einmal Get Setup. Und da Netrunner ja hier in dieser Liste nicht mit dabei ist, gehe ich einfach auf Debian, weil Netrunner ja auf Debian basiert. Und dann habe ich hier auch schon meine Befehle. Ich mache wieder F12, um Yarkwake zu öffnen. Und hier, man sieht es schon ein bisschen durchscheinen. Einfach sudo apt install flatpack. Jawohl. Dann wird Flatpack jetzt nachinstalliert. Das ging ja auch relativ zügig. Ich kann Yarkwake nochmal rausmachen. Jetzt steht hier auch Install Gnome Software Plugin. Deswegen werde ich das jetzt einfach trotzdem mal installieren. Und das kann ja sicherlich nicht schaden. So apt install Gnome Software Plugin Flatpack. Und kann nicht geöffnet werden. Ist nicht möglich. Sind sie root? Ach so, ja klar. Ich muss ja root sein. Also sudo. Jawohl. So, dann lassen wir das Ganze hier auch nochmal installieren. So, während er das installiert, sieht man hier unten schon Add FlatHub Repository. Das muss jetzt quasi noch als Repository hinzugefügt werden. So, dass ich dann eben auf die Anwendungslisten von FlatHub auch drauf zugreifen kann. So, das machen wir jetzt auch direkt. Auch das muss als sudo ausgeführt werden. So, sudo, ne? Flatpack Remote Add, FlatHub und dann das Flatpack Repo. Das machen wir. So, ist im Prinzip fertig. Und jetzt steht hier als letzten Schritt noch Restart to Complete the Setup. Dann machen wir das. Einmal reboot und dann wird das ganze System neu gestartet. So, dann sind wir hier wieder drin. So, wir können ja mal schauen. Wir haben jetzt hier das GNOME Software Center, so wie es aussieht. Das wurde jetzt einfach mal nachinstalliert. Aber wie gesagt, ist ja überhaupt nicht so schlimm. Und hier wird jetzt Flatpack Metadaten für FlatHub werden jetzt geholt. Ich kann den Snap Store auch nochmal nachträglich öffnen. Mal schauen, ob da ebenfalls die Flatpacks noch nachgeholt werden. Ich glaube wohl eher nicht. So, und hier bin ich dann im GNOME Software Center. Und hier habe ich im Prinzip jetzt sämtliche Snap-Anwendungen quasi. Wenn ich jetzt hier auf installiert gehe, werden tatsächlich auch die Pakete angezeigt, die bereits schon vorinstalliert sind und keine Snaps sind. Auch das erkennt dieses Software Center. Das GNOME Software Center finde ich tatsächlich sowieso immer ein bisschen besser, das GNOME Software Center, als jetzt das Original Discover. Ich finde das Discover nicht so schön. So, wir können ja mal gucken. Tenacity zum Beispiel ist der Nachfolger im Prinzip vom Audacity. Ja, Audacity, das Original, wird ja jetzt nicht mehr weiterentwickelt, weil die neuen Entwickler dort Telemetrie-Anwendungen mit reinprogrammiert haben. Und deswegen wurde das Projekt geforkt. Und dann gibt es jetzt hier Tenacity. Und man kann das quasi dann installieren. Und hier unten bei Quelle sehen wir, wo es herkommt, aus dem Flat Hub. Und dann können wir das hier installieren. Und so kann man auch die verschiedenen Software Center, die verschiedenen App Center, entsprechend auch miteinander hier kombinieren und integrieren. Und wie wir sehen, auch das GNOME Software Center sieht unter KDE Plasma wirklich sehr, sehr schick aus. Und es passt trotzdem. So, hier haben wir Tenacity. Kann ich jetzt hier starten. Oder ich gehe hier einfach mal in das Menü rein. Unter Multimedia finde ich dann hier den Tenacity. Es hat sich das Logo noch nicht gezogen. Aber wir können es ja trotzdem einmal starten. So, hier steht es eine Pre-Release-Version. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Ja, okay. Alles klar. Und ja, damit haben wir Tenacity jetzt hier gestartet und kann dann direkt loslegen. Und das ist jetzt hier quasi als Flatpak. Wenn du GNOME Software nicht verwenden willst, um deine Flatpaks zu laden und zu installieren, ist das auch nicht so schlimm. Es gibt auch die Möglichkeit, Discover so einzurichten, dass auch hier Flatpaks angezeigt wird. Wir können das Ganze jetzt hier einfach mal ganz fix an einer Anwendung testen. Ich gehe jetzt hier einfach zum Beispiel auf Chrome zum Beispiel, wenn ich den Chrome-Browser haben möchte. So, da wird hier der Chromium-Webbrowser empfohlen. Und wie wir sehen, der Google-Chrom-Browser wird hier gar nicht erst angezeigt, weil hier jetzt im Discover wirklich nur die Repository-Anwendungen angezeigt werden, die direkt über das Debian-Repository, hier sieht man das bei Quellen, Stable Security Main, die halt über das Debian-Repository installierbar sind. So, das heißt, wir müssen das Ganze jetzt noch nachinstallieren. Und da gibt es eine Anwendung, die nennt sich Flatpak Backend. Für KDE Plasma, das ist das hier, Discovery Flatpak Backend, das dann einfach installieren. Und tatsächlich hat das Ganze funktioniert. Ich habe das System einfach nochmal neu starten müssen. Jetzt wird Chrome hier zum Beispiel angezeigt, ja, als Beispiel. Und hier sehe ich dann als Quelle auch FlatHub Flatpak. Wenn du also lieber Discover nutzen möchtest für die Installation von Programmen hier auf deinem KDE Plasma, dann ist das auch hier möglich mit Flatpaks. Ansonsten Snaps ganz einfach über den Snap Store, der wirklich wunderschön integriert ist, der wirklich auch wunderschön aussieht. Meines Erachtens, ich finde den wirklich deutlich, deutlich besser. Und als Alternative natürlich das Gnome Software Center, bei dem du nicht nur Flatpaks auch installieren kannst, sondern ebenfalls sämtliche Anwendungen von KDE Plasma. Und da sind wir auch schon am Ende bei meinem kleinen Fazit. Das Fazit fällt tatsächlich auch sehr kurz und auch sehr positiv aus. Netrunner 23 ist wirklich ein unfassbar schnelles, sehr, sehr tolles, stabiles System. Hervorragend geeignet für Netbooks oder auch etwas schwächere PCs. Und auch Netbooks mit ARM, also mit ARM Prozessoren. Da läuft Netrunner ebenfalls sehr, sehr gut. Standard gemäß installierte Benutzeroberfläche ist eben KDE Plasma. Und sämtliche andere Paketverwaltungen muss man dann noch nachinstallieren, wie zum Beispiel Flatpaks und Snaps. Schön finde ich auch, dass die App-Image-Integration bereits schon vorinstalliert ist. Ein wunderschönes, sehr, sehr schnelles System. Sehr, sehr hübsch auch vom Theme her. Sehr gut geeignet für Anfänger, aber eben auch fortgeschrittene Linux-Nutzer, die das Ganze dann auch zum Beispiel als Entwicklungsumgebung mit nutzen wollen. Also eine absolute Empfehlung von mir. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.